Was ist denn hier? Was? Macht ihr denn alle hier? Ah, oh, dahinten. Oh, hier ist einer von mir. Hallo. Ja, genau, Alter. Richtig. Und wo bin ich denn hingeflogen? 500 km. Mann, ich kann euch nicht beitreten. Ich will tanzen. Ich hätte nämlich einen neuen Fall. Alter, ja, Mann. Zeitigte Flaggen 12. Das farbige Kind da unten, Alter, mit dem Wagenkreuz drauf ist. Was geht denn ab, Mann? Oh Mann. Golf von oben. Entweder das oder... Ich muss so hart lachen, dass ich selber gestorben bin. Ach, hinter mir! Ach, hinter mir! Ich bin so ultra-verzögernd. Ah! Ah! Was? Ich brenne! Was? Was? Ich zieh vor. Oh, jawoll! Ich hab' ihn weggebummt. Den ollen Wemse. Wir haben jetzt erst mit dem Sandyship gegeben. So hier, Adesantyship. Einmal kurz. Ja, ich bin mal hinter dir. Kannst du mit dem Medikip geben? Erst der Hilfe! Boah, shit! Boah! Was geschieht? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Ich hab' überlebt! Verliebte Schüsse! Die gehen dem Buge in die Berge hinauf! Bau, 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 bau! Grüß' mir den Sani, den Versorger, den... Den Sturz oder du hast Hilfe! Hast du! Oder Dundalf, der... Oh shit! Der wurde richtig weggewimst, halt. Alter, wie viel... Och maaaal! Der Wemse! Der alte Wemse, Alter! Nacktmulle 93, der alte Wemse! Ich hab' mir da gut weggebumst! Wir haben Angst in Ihnen! Hab' ihn! Ich wär' schön am Nachladen, ne! Ich brenne! Hier! Erst, hey! Überlebt! Wie? Lauf! Lauf! Wie hast du das überlebt? Hast du mich fliegen gesehen? Hast du mich fliegen gesehen? Nein, habe ich nicht! Ich hab nur rot gesehen und bumm und alles! Was? 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 Am besten war'n eigentlich die ganze Rüller-Team. War der jetzt wirklich zu schlecht? Aua! Hahaha! Hahaha! Wie hast du weggemacht, Todesmann? Ich jetzt? Ja! Ja! Das ist ja so... Pfff! Pfff! Weg mal! Das war eben richtig geil! Oh! Da steht einer gleich hinter der Welt! Oissi! Fire! Düm-düm-düm-düm! Hahaha! Aua! 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 nicht an der Wand hängt. Kann er mich überhaupt wieder benehmen da. Ich kümmel da jetzt in der Wand rum. Soll noch einen Panzer am Stütteln. Oh, ich seh. Joa. Von du hängst an der anderen Seite jetzt raus, so weißt du. Ja, so gut aus. Oh mein Gott. Das, das muss ich die ganze Zeit nicht, deswegen... Ja, das ist nicht so. Ja, gut, Zeug. Ich muss mir erst mal ganz kurz selber ein bisschen flicken und fechtstürmen. Das sieht sehr gut aus. Zum zweiten Mal, man. Kann ich dir nicht wieder belegen. Das Flammen wäre verkehrt. Schnell noch. Jetzt geht's. Gebe ich denn das jetzt? Nein! Hey, Mann! Aue! Baaah! Baaah! Ah, hier da! Ist das da? Ja, ja, ist das. Ist doch schon. Ich bleib mir fast tot. Ui! Ha, toll! Alle angehittet, ne? Alle angehittet, aber... Ach du Scheiße, wie viele sind das jetzt? Ich lauf! Lauf! Oh! Oh, nice! Ja, ist vorhin wieder einer direkt vor mir! Einmal ins Gesicht geschossen! Tum! Wie? No! Alles klar! Oh! Hier habe ich immer die guten Flieger-Moves drauf. Ja, und heute... Ich war mit einem, äh... Typen essen heute. Erstmal fett Burger. Und dann... Wir sind auf dem Rückweg. Sind auf dem Weg zur Bahn, ne? An der Ampel. Wir mussten stehen bleiben, weil die Ampel rot ist. Und da war so noch... noch eine Oma, die so langsam über die Straße gegangen ist. Weil die halt so ein bisschen gebraucht haben und so. Ich stehe so... Auf der anderen Seite. Sie kommt an! Sieht mich genau an, ne? Sie rempelt mich an, die hässliche Schuhe, Alter. Die? Neben mir war so viel Platz. Sie läuft mich einfach an, haut mir ihren Stock so gegen den Schuh. Ich so... Was ist los mit ihnen, Alter? Da hat sie irgendwas genuschelt und ich so... Sie haben ja den Weg nicht gepachtet, ne? Was ist jetzt los? Der Typ... Der Typ hat das auch noch mega gefeiert. Er so... Ja, der Tag ist gerendet jetzt hier. Da hab ich was zu erzählen da. Ja, Mann, Leute. Schreibt mal alle in die Kommentare. Hashtag Panzerbüchsel. Bruder! 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 Sie kriegen das!